Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Heute mache ich Pferdlich Lassie. Dieses Lassie ist im Sommer sehr beliebt und gibt ein erfrischendes Gefühl. Um dieses Lassie herzustellen, brauchen wir nur zwei Hauptzutaten. Pferdlich und Naturjoghurt 600 Gramm Pferdlich, Eiswürfel und 500 Gramm Naturjoghurt in den Mixer geben und gut vermischen. Und wer mag, kann auch ein bis zwei Esslöffel Zucker hinzugeben. Und wenn euch das Lassie zu dickflüssig ist, fügt etwas frische Milch auch hinzu. Nachdem ihr dieses Lassie zubereitet habt, könnt ihr es drei bis vier Tage im Kühlschrank auch bewahren. Unser Pferdlich Lassie ist fertig und garniert ihr es mit eurer Wahl. Ich verwende Pistazien und Minzblätter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Koch mit Sultana.